So, der da ist unser Hund. Der lungert hier immer rum und will was zu essen. Er ist ein bisschen ängstlich, aber er wartet jetzt auf sein Essen, deswegen bleibt er hier. Ja? Dein Essen? Ja! Warte, das kommt gleich. Bisschen noch. Da kommt das Essen, das Essen kommt. Hurra! Ja, große Freude. Ja, das kannst du prima essen, ne? Ja, das ist der Hund. Und jetzt gehen wir mal eine Etage höher. So, Vorsicht Stufe. Dann gucken wir mal, wer da noch ist. So. Und... Ah, da ist schon eins. Ich sehe... Ja, guck. Da ist es. Na? Nehme ich ein Katzenkind. Oh! Das Katzenkind mag nicht, wie das klingelt. Und hier unter mir, rum sitzt es auch schon. Guckt. Ja, da haben wir noch eins. Ne? Lauf nicht weg. Da bist du, ne? Ja. Sind beide jetzt schon müde gespielt, glaube ich. Mhm. Ja, du willst immer rumtoben, ne? Okay. Ah! Der ist doch Kollege. Mhm. So, jetzt fehlen eigentlich nur noch die drei großen Katzen. Wer weiß, wo die sich rumtreiben. Bestimmt irgendwo Eidechsen essen. Katzen ernähren sich hier nur von Eidechsen und Mäusen. Scheint aber eine ausgewogene Diät zu sein. Und sie gedeihen sehr prächtig. Hallo, du Welt Süßes. Das kleines geht's nicht. Hallo, du Welt Süßes. Das kleines geht's nicht. Mhm. Mhm. Brumse. Das geht hin, hat überhaupt keine Angst. Da. Das war ein Teil der Viechen hier.